So, Tsugumi und wer? Wer ist denn mit Tsugumi... Handgeflochtener Korb? Das geilste, was ich ja in Endwalker fand, ist, dass man einen Bosskampf... ...die ja eigentlich immer, wo man halt mit sieben Randoms spielt, dass man den auf einmal mit seinen sieben NPCs machen konnte. Ich hab's so abgefeiert. Die Herstellung erfordert Zeit und Mühe. Die gesammelten Reben müssen vorsichtig getrocknet werden. Damit kann ich Kräuter sammeln und Toppflanzen schneiden. Danke, ich werde ihn in Ehren halten. Wie gesagt, also... Final Fantasy 14 entwickelt sich immer weiter. Wenn jetzt jemand neues Final Fantasy 14 startet, wenn das Update da ist, ne? Der wird's nie so schwer haben wie wir damals, oder wie ich eher gesagt. Du hattest ja nur einfach da. Obwohl, seit Endwalker ist es Leveln auch ziemlich einfach, ne? So, wer ist Tsugumis Gegenpart für die Story? Steht das irgendwo? Warte mal, ich kann das doch mal eben hier bei ihm hier sehen. Bei den Geschenken. Tsugumi und Gemma, okay. Gemma! Wie haben meine Tsugumi-Gemma-Storyline jetzt? Ach, die Warteschlange. Pfff. Ich meine jetzt... das Spielen an sich. Größe, Form, Farbe, alles Spitzenqualität. Ich habe kürzlich mehr über Gewürze gelernt. Ist das zum Kochen, Juido? Ich werde es später pulverisieren. Keine Sorge. Steinsalz kommt gegen meine Kraft nicht an. Okay, dann machen wir mal. Okay, dann machen wir mal. Okay, dann machen wir mal. Okay, ich will mal. Wir machen sollen das. Wie können wir also essen? Nochmal wie? Ich darf mich selbst zum Beispiel. Ich habe den Tugumi über einen Zeichnen-Kele. Es wurde mir viel Zeit gemacht und ich würde mich vorher erzählen. Ich liebe mich als Zeichnen-Kele. Ich liebe das Zangsai. Zangsai? Ich lasse zu einmal nicht. Ich habe es nicht gegenseitig. Was ist das, was der Tugumi am besten? Jumeno-Tou oder Neji-Maki. Ich habe es auch sehr schön und sehr lustig. Neji-Maki ist, wie es der Name aussieht, und es ist sehr schwierig. Es gibt auch viele andere. Ich habe es nicht nur eine Art. Ich weiß nicht nur, dass Tugumi auch sehr gut aus dem Tugum. Wenn ich etwas mit dem Koffer oder auf dem Säbis und wassabich mit dem Kofferl. Ich habe es schon mal einen Koffer gemacht. Das ist so schön. Wie soll ich es machen? Ja, ich habe gerade versucht, sich zu essen zu machen. Ich wusste nicht, das ist toll. Ist das auch ein neues Interesse? Also, das war die Möglichkeit, von jemandem zu empfehlen. Aber ich habe mich sehr gut gefühlt. Ich möchte, dass ich mich sehr gut für die Gesundheit bin. Ich würde mich sehr gerne gehen. Ich bin jetzt der Zahnar, der der Zahnar, am besten interessiert. Ich habe schon gesagt, dass ich nach dem Zahnarfen geheißen habe. Ich würde es gerne gehen. Ja, gehen wir. Es ist so schön. Ich würde es nicht kommen. Wenn ich nach dem Zahnarfen geheißen habe, Ich denke, dass es hier ist. Ja, ich muss es nicht mehr gehen. Es ist hier in der Nähe. Da ist es, was ich gerade gesagt habe? Ja, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke... Ich meine Muskel sehr viel motiviert sind Ich war ein Charme im Gesicht Ja, ich denke, es ist sehr schwierig zu sehen Oh, was sie? Ich war ein Würfchenz von NALANA Ein Würfchenz von NALANA.. Sie haben damals das Rundfunktor mit sehen Es gibt nur die Kuna-Do-Kau-Zocken in der Kuna-Do-Kau-Zocken, und jetzt ist es genau so schön. Wie kann man das hier in der Kuna-Do-Kau-Zocken? Ich bin immer wieder auf die Kuna-Do-Kau-Zocken. Dann müssen wir erst mal auf die Kuna-Do-Kau-Zocken gehen. Ja. Okay, los geht's! Wir suchen wildes Gemüse! Ich glaube, dass die Kuna-Do-Kau-Zocken auf der Kuna-Do-Kau-Zocken sind. Ja, ich glaube, dass ich da in der Kuna-Do-Kau-Zocken habe. Die Kuna-Do-Kau-Zocken sind zuerst. Oh, wassucht, wassit? Das war's für heute. Oh man amass Das war's für mich. Ah, einer fehlt. Warte. Genau, das soll ich. Theoretisch nutze ich eigentlich die Platin, aber wie ihr wisst, ich hole ja immer Platin Day. Auch wenn ich nicht so viele Platins vorbereitet habe, aber ich werde wahrscheinlich demnächst mal anfangen, mal ein paar Trophäen zu sammeln. So, ich bräuchte mal wirklich langsam Heilmittel. Wie ich auch einfach Level 81 jetzt bin, ne? Das ging eigentlich relativ fix. Fix. Ja, das war mal. Ja, das war glaube ich. Jetzt ist man das Ziel. Zwei, vier, drei. Das Sch east. Derart swiss, das ist derart. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles klar Dark, dann wünsche ich dir eine gute Nacht und danke, dass du da warst. Wie geht's? Genma, du hast dich gespürt. Ja, das stimmt. Ich erzähle erst einmal Narana's眼. Ich will dir das was. Narana ist ein bisschen groß. Das ist ein bisschen groß. Aber das ist ein bisschen groß. Aber das ist ein bisschen groß. Wie ist das so groß? Das ist so groß. Wie ist das? Das ist so groß, wie im Boden. Die Erde ist aus dem Meer. Die Erde ist in der Welt. Die Erde ist in der Mitte. Wenn du das anstattest, Ich habe mich immer noch auf dem Foto gemacht. Ich bin auch schon bereit. Ich gehe auf dem Foto. Ich habe den Foto verwendet, ob es auch der Foto der Foto zu nehmen? Das ist sicher, dass ich das Foto verwendet habe. Ich will mir eine ganze Klasse machen. Dann muss ich viel wieder kaufen. Ja. Oh, aber ich kann es nicht mehr überlegen. Oh, Genma. Hm. Genma. Oh, das ist die Oberfläche. Ja, das ist das. Oh, Genma hat man, dass ich die Oberfläche von der Oberfläche habe? Ich bin sehr, was ich zu treffen. Ich bin schon wieder auf der Stelle gesehen. Ich sage, dass es nur ein Moment gibt. Es ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut. Ich habe dich gesehen, nicht zu sehen. Es geht auch um Genma und Tzgumi. Ich glaube, das hat das ein Gefühl. Ich bin ein Fisch an. Ich bin... Du bist mit Tzgumi? Ja, ich kann nicht sagen, dass ich mich nicht mehr überraschend habe, sondern ich kann mich nicht mehr überraschend sagen, sondern ich kann mich nicht mehr überraschend ausprobieren. Ich glaube, das ist das. Ich habe das nicht gedacht, aber... Ich habe das Gefühl, dass ich nicht so gut für mich, dass ich mich nicht so interessiert habe. bis zum nächsten Mal. Ich möchte es sehen. Ich möchte es sprechen, und ich möchte es nicht mehr, wenn ich nicht mehr so weiß. Ich bin da. Ah, ich bin da. Komm her! Oh, das ist ein Fisch. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Also nein, das ist kein Problem, ja? Aber es funktioniert nur, wenn beide geschwächt sind, ne? Das ist ein Problem, ja? 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 Ja, geil. Jetzt muss man jetzt auch wieder so ein schönes Bild. Alles geschenkt. Danke. Ich glaube, es ist ein schönes Bild. Wenn man die Situation betrachtet, ist der Yakumo, der unten in Maragirabu, du ziehst mich sicher, Karan. Lass uns sicher gehen. Achso, wir können jetzt Zeit miteinander verbringen. Wie sieht das aus? Wie cool ist das denn? Okay. An der Tanne Zeit mit Gemma verbracht. Werte von Yuito haben sich erhöht. Zeit miteinander im Versteck verbringen. Stärkst du das Vertrauen zu einem Gruppenmitglied, könnt ihr gemeinsam Zeit im Versteck verbringen. Verbringst du Zeit mit dem Mitglied, erhöhen sich die Grundwerte wie ein Griff leicht. Du kannst Werte so nicht unendlich verbessern. Okay. Das war mir schon klar. Also gibt es einfach nur noch dieses Zeit miteinander, Fabry. Werte von Yuito und Töning. Und zwar wird es auch das Zeichen im Versteck. Werte von Mises auf die Töne. Wie ist das Zeichen? Und zwar wird es auch der Werte von Mises auf das Licht. Ich glaube, das ist es so. Es ist ein Problem. Werte von Mises auf der Töne. Werte von Mises auf die Töne. Werte von Mises auf die Töne. Und die Sonne ist dein Hanabi. Du stehst jetzt noch näher. Mit ihr machen wir bestimmt irgendwas mit den Pflanzen. Mit ihr können wir keine Zeit verbringen. Oder noch nicht. Da muss ja so ein Symbol über den Kopf sein. Schade. Ich hoffe ich kann mit ihr Zeit verbringen. Gut dann wird es auch für heute gewesen sein. Vielleicht machen wir auch täglich mal eine Episode oder so. Oder auch zwei Mal dauert ja jetzt nicht so lange. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.